Herzlich willkommen, Freunde, hier in Halo 3 ODST im Let's Play Together mit dem guten Bolle! Ja, mit mir, ich weiß. Und mit dir. Achso, ich bin auch dabei. Scheiße. Ja, nachdem wir eine Auszeit genommen haben und uns diese fantastische Welt von New Mombasa angeguckt haben, dachten wir... Richtig romantisch. Ja, richtig romantisch. Ich bin so richtig in Tuchfühlung. Alles klar. Würde ich sagen, fangen wir jetzt hier an. Ich nehme den Helm, der hier liegt und das hat nichts Böses zu bedeuten. Ich nehme einfach den Helm. Sagen Sie uns Ihren Namen, Gany. Miss Nachrichtendienst, unser neuer Boss. Oh Mann, also haltet den Mund, setzt euch hin und macht euch einsatzbereit. Oh yeah. Schlauer Fuchs, der Typ, unser Anfänger. Dass er direkt rausguckt mit dem Helm. Ja. Würde ich jetzt so nicht drauf kommen, ne. Buck. Tayari Plaza. Sofort nach ab. Wie ist euer Status? Wie ist euer Status? Hast du noch da, Buck? Ja. Ein Moment. Ich kam hart runter. Meine Luke geht nicht auf. Das ist mit deiner. Ist auf. Gut. Dann bist du mit dem Spielchen fertig. Ich brauche Hilfe. Hab ich was falsch gemacht? Das einzige, was ich bedauere, ist nicht zu wissen, dass du eine Spionin bist, als wir uns kennenlernten. Sonst wäre ich nicht so nett gewesen. Das fehlt mir an dir am meisten, Bart. Dass dein Mund immer etwas schneller ist, als dein Verstand. Und lass meinen Job aus dem Spiel. Wir wollten das Ende beides. Das ist Jahre her, Veronica. Die Details sind verschwommen. Du musst seitdem viele Männer getroffen haben. Warum bin ich jetzt hier? Erstens bist du der beste Soldat, den ich kenne. Zweitens... Weißt du nicht mehr diese Nacht, was du mich morgens gefragt hast? Du hast mir keine Antwort gegeben. Sag das nochmal, Bart. Ich höre dich kaum. Ich sagte, bleib da. Ich komme. Wir haben die Landeshule verpasst. Achtung, der Wimmel ist von Allianz-Einheiten. Danke für die Warnung. Tod kannst du mit Spiegelchen treffen. So, und jetzt geht's hier weiter. Wir sind hier in der Haut von Buck, beziehungsweise der Bolle. Weil er führt die Gruppe an und er spielt auch die Hauptcharaktere. Ich bin wieder der Rookie. Ist auch mal schön. Dann kann man auch sehen, die Hauptprotagonisten, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Gut, dann würde ich sagen, walte deines Amtes und erledige die Typen. Ja, das kannst du auch machen, ne? Ach so, natürlich. Ist ja hier ein Mann-Armee, ne? Nichts hier mit Together. Neff, ne? Together alone. Ich bin einfach nur fürs gute Aussehen da. Natürlich. Machst du doll. So, dann haben wir ja schon mal die erste 4-Root, glaube ich, jetzt erledigt. Nein, nicht wirklich. Ja, die erste 4-Root. Ich sehe jetzt hier keinen mehr, der rumwurkt. Ja, guck mal ganz vorne da. Ich hab mal einen Root gesehen. Ja, das weiß ich, ja. So, der habe hier einen Kopfschuss verpasst. Dann kommt der Kopf jetzt der Root angelaufen. So, der Grund ist erledigt. Vielleicht schaffe ich den zweiten hier auch. Habe ich. Da hinten ist der dritte. Vielleicht kriege ich ihn auch noch. Unwahrscheinlich. Doch, wahrscheinlich. So, da ist er auch platt. Na? Du, ist das ein Panzer eigentlich da jetzt? Äh, links? Links? Panzer? Ja, hier. Bei der 6. Ja, im Wraith-Panzer. Verdammt. Versteck dich nicht hinter Leiche, so kann ich dich nicht treffen. Ja, ich glaube, wir müssen so oder so runter. Ja, das müssen wir. Ich wollte nur die kleinen fertig machen, weil dann haben wir noch den großen. Und jetzt haben wir auch nur den großen. Sehr schön gemacht. Haben wir hier eine versteckte Waffe oder sowas? Weiß nicht mal. Ich weiß, hier gibt es zahlreiche kleine Secrets. Aber hier haben wir nix. Oh, es sind zwei Stück, es sind zwei Stück, es sind zwei Stück. Ich weiß, ich weiß, ich habe es noch so in Erinnerung. Ich bin tot. Ah, das ist schlecht. Ich wusste nicht, dass da noch zwei sind, also. Bist du wieder da? Ich bin da, ja, ja, bin da. Gut. Verdammt. Ja, mir geht es auch nicht besonders gut. Wo bist du da? Ja, ich versuche gerade den Grunt zu erwischen. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Habe ich, habe ich, habe ich ehrlich. So, die verstecken sich hier in der Säule. Fuck. Vorsicht, Granate. Komm, 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 komm. Der Boot, der Boot, der Boot hier. Der Boot. Ja, der flippt aus, der flippt aus. Der ist tot. Boah, super, jetzt kommt der nächste. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Du meine Fresse. Knallhart hier, knallhart. Oh, ach, du bist hier. Willst du, äh, deine Muni wiederhaben? Ich bin, wir können nochmal Muni wechseln. Aufladen. X, ach so, aufladen, RB. Ich suche schon einen ganz guten Knopf hin. Sehr gut. Dann suchst du aber den Falschen. Ah. Also, wenn du Medipack findest, sag Bescheid. Dann wäre man so schlecht. Ja, mach ich. Wenn ich was finde, schreie ich. Alles klar. Na, gehen wir mal weiter. Gut. Ich habe mir den Allianz-Karabiner geholt und halt Sturm gewerbt. Soldat, hier drüben! Nicht schlecht. Was? Wo? Wo drüben? Ich kann sie abstürzen. Sie haben wirklich Glück gehabt. Gab es noch mehr? Negativ. Aber nach dem Blitz konnte ich nicht mehr viel sehen. Guck mich doch nicht an. Ich habe nicht mit dir geredet. Einige der Gebäude sind offen. Auf die Weise können sie der Allianz auf der Straße ausweichen. Verstehe. Danke. Weil Bug bist du. Naja, dessen bin ich mir bewusst. Kannst du dich noch erinnern, was du mir vor Jahren gesagt hast, übrigens hier ist Energie. Du hast mir vor Jahren mal gesagt, hier hat er einen Synchronsprecher oder ein Promi eine Synchronrolle. Ach ja, war das nicht hier der Elton? Richtig, das hast du mir damals erzählt. Stimmt, stimmt, stimmt. Also in Halo 3, glaube ich, hast du mir das erzählt. In Halo 3 oder ST weiß ich jetzt nicht. Ja, also einer von denen hat aber eine Synchronrolle gehabt, das stimmt. So, jetzt gehen wir mal hier hoch oder, ne, hier geht's raus, glaube ich, wieder. Ja, hier geht's wieder raus, alles klar. Ich wollte höher. Oh, ich sollte mal Nachtsicht einsetzen. Oh, hier ist was. Okay. Da. Ganz genau. Äh, wie ihr seht, hier sind tote Eliten. Das liegt auch daran, dass die Brutes angefangen haben, die Eliten hier schon zu töten. Äh, weil, das wollten die Propheten. Warum, weshalb, wieso, äh, vielleicht, aua, ich bin tot, erfahren wir das in Halo 2, weil angeblich sollte ja ein Halo 2 Anniversary rauskommen. Und ich würde mich fett drüber freuen. Ja, es ist, momentan ist auch das Gerücht, dass eins ein Machen sein soll. Da kommt einer zu dir hoch, ne? Weil ich warte auf ihn. Wo komm, wo bist du denn? Ich bin wieder fast tot, ey. Der ist aber, der ist nicht, ne, der ist nicht, ne, ne. Dann ist er drinne. Dann wartet der. Ne, ne, der ist tot. Ach, der ist schon tot? Dann hat meine Granatien erwischt dann wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, das ist ja momentan die Rede, dass ein Anniversary, äh, gemacht werden soll. Ist aber noch nichts von bestätigt worden. Richtig. Hot-Core-Up-Kontrollpunkt freigeschaltet. Meine Fresse. Schon hier, ja. Hier sind welche Dote. Gibt's hier Energie? Man, ist ja nicht so, dass ich dann nach rechts sehe, aber ich brauch schon was. Ja, hier hab ich Energie. Yay. I'm happy. Zack. Zack. Hier sind wir. Oh. So. Ah, super, Bolle, super. Du bist Knoacke. Oh Gott, hör auf. Was hast du? Was? Äh, brauchst du Energie? Hier ist Energie. Äh, nee. Verdammt, seid ihr kleine Schulmädchen. Fahdfinderinnen. Kleine Schulmädchen, äh, Fahdfinderinnen. Ja, das find ich so geil, dass die wirklich auch über Kollegen trauern, ne? Ja, ist sehr gut gemacht, auf jeden Fall von der KI auch. Äh, das Schöne ist ja, ich hab ja ein Schild aktiviert, die, das heißt, die haben mehr Dialogsätze. Wenn du einen Allianz-Carabiner siehst, sag Bescheid. Okay. Ja, du, ich weiß nicht, wohin zu sagen. Ja, ich versuchte mir ein kleines, äh, Secret, äh, freizuschalten. Aha, das ist sehr gut. Nämlich, hier sind ein Haufen Eliten, was heißt Secret, das läuft mir eigentlich drüber, aber, das ist ja vorhin mal ein Secret. Aber hier sind... Was bedeuten die toten Eliten? Wie meinst du das? Sieht nach einer Familienfeder aus. Als hätten Brutes sie getötet. Sollte ich was wissen? Das ist geheim. Manches ändert sich nie. Einer schon tot. So. Ja, die Brutes und die Eliten haben so ein bisschen Stress miteinander. Schau, Schütze, runter! Der Nächste ist tot. Ja. Ja, wo das die überleben, das ist, äh, naja. Ja, wir spielen ja auch auf Legendär. Das ist, äh, sonst immer schon schwierig, aber hier noch schwieriger. Oh, fuck it! Falsch geworfen! Ich bin hinter dir. Ja. Find ich gut. Super. Voll auf die Birne. Den kriegst du auch noch. Oh yeah! Hey! Fuck! Bunties! Nein! Ich bin weg! Ich bin weg! So, ich weiß nicht, ob ich was getroffen hab. Jupp, was so. Aber so wie die rumbrüllen hat, hab ich was getroffen. Verdammt, ich geh mal ein bisschen näher ran. Musst du ja. Komm gleich zu dir. Fuck! Oh, hier sind Scharfschützen. Tot! Ich hab musst du nachladen. Ja, das kenn ich zu gut. Bist du ja da? Ja, ich bin wieder da. Ich greife aber auch wieder an. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. No! Oh! Oh, hier ist meine Leiche. No! Oh! Schlecht durchstehe. Wow! Ringe rein. Hat diesmal funktioniert. Ich glaub, wir haben's erledigt. Sicher? Ja. Aber ich guck, dass ich eben kurz ein Muni irgendwie mir besorge. Ja, wenn du ein Allianz-Karabiner... Hä? Da lebt noch einer. Ja, das ist bestimmt hier oben. Jupp. Ja, mach ihn mal platt. Ja, ist ein Scharfschutze gewesen. Ja, sogar das. Ja, wir haben doch was. Wusste ich's doch. Wenn du ein Allianz-Karabiner findest, sag Bescheid. Ja, ich hab nur erstmal Energie gefunden. So. Ja, wie ich sag's voraus, wir werden hier keine Elite-Gegner haben. Wir sind schon mit den Bruts eigentlich schon bedient genug. Ja. Also das Autoraz-Ein-Gegner haben wir eigentlich schon alles durch. Mhm. So, dann können wir weiter. Warte mal hier. Oh, da ist noch was. Muni! Wo? Ich muss durch diese Tür. Pistel. So. Du musst doch irgendwo ein Schalter sein. Ich hab Buck, Schalter gefunden. Na ja, das ist schon 14 Minuten, aber komm, wir machen das schon. Ja, machen wir noch. Wir machen das, Angriff! Zurück! Achso. Oh, hallo. Oh, oh, da flogen jetzt ein paar von unseren Leuten. Da flogen leider schon einer's gesehen, einer von uns. Durch die Gegend. Äh, Scharfschütze, Scharfstöck, Scharfschütze. Ich weiß, ich weiß, hier haben wir reichlich zu tun mit Scharfschützen. Boah, der will nicht verrecken. Gibt's auch nicht. Gibt's auch nicht. Fast da. Was ist los? Mehrere Feinde nähern sich meiner Position. Gut. Hör mal. Wenn ich es nicht schaffe. Hey, halte durch. Bin gleich da. Zu spät. Falsch. Sie haben mich gesehen. Verdammt, nein! Veronika, rede mit dir. Vielleicht da. Ich komme. Hast du gehört? Boah. Meine Fresse. Verdammt. Ich bin falsch rausgegangen. Bin gleich schon wieder tot. Ja, nicht nur du, mein Freund. Tot. Gut, dann komm du wieder. Mein, mein, mein. Bin hinter dir? So. Fuck, da ist. Scharfschütze. Der ist bitter. Das, äh, bleib du mal hier. Ich habe eh gleich deine Energie. Dann gehe ich schon mal raus und gucke, dass ich da was machen kann. Den habe ich erledigt. So, tot. Der Scharfschütze ist schon mal platt. Fuck. Ja. Oh. Oh, da kommen... Drei Brutes. Verdammt. Das wäre es gleich nicht schlimm genug. Ich weiß, was danach kommt. Oh, schon wieder der Scharfschütze. Jo, und anderer Seite. Äh, tot. So, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Fuck. So. Der zweite Scharfschütze ist platt. Ich versuch's mal von unten. Die kommen zu dir hoch. Ja, die kommen hoch. Jetzt kommen sie wieder runter, weil ich unten bin. Verdammt, danke. Nein, der ist hier oben, der ist hier oben, der ist hier oben. Der ist unten, der ist unten. Ich bin tot. Fuck. Bleib ruhig, bleib ruhig. Hier ist der Pappkamm, hier ist der Pappkamm. Ja, 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 ich nimm's mit. Nimm du die. Nimm du die, nimm du die. So. Wo ist er denn? Wo war er denn? Hier, hier, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ja, ja, oh, fuck, fuck, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, fuck, hilf. Da ist schon nichts, da ist schon nichts. Weg da, weg da. Ach, das was? Ist er schon abgehauen? Ist abgehauen. Von Angriff, von Angriff, von Angriff. Der kommt wieder, der kommt wieder. Der kommt. Lass ihn mal kommen. Ja, lass ihn mal kommen, lass ihn mal kommen. Lass ihn mal kommen. Wir machen das jetzt anders. Traut sich nicht, ne? Das gibt's doch gar nicht. Der Sack ist schlau. Ja, die große Reise. Könnt ihr mal fucking. Könnt ihr total knicken, eure große Reise. So. Schild ist down. Tot. Bin wieder da. Der eine hat schon wenigstens die Panzerung im Arsch. Bildschirm. Der ist etwas Siegere. Der ist platt. Deswegen liebe ich die Pistole hier. Oh, 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 oh. Ja, den kommt, misst du, oh, oh. Da ist schon, ich schuld. Ich bin jetzt, gebläbt, gebläbt, noch mal weg. Ich bin jetzt tot. Ja, ich auch. Weil ich dachte, wenn einer von uns einen ablehnt, kann der andere ihn erschießen. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Ja, kann ich jetzt grad nichts machen. Ich mach, ich mach, ich mach vorne. Ich versuch, so weit abzugreifen und Jetzt, Schild ist down, Schild ist down. Ja. Down. Der ist down. Ja, der ist platt. So, gut, sehr gut. Machen wir, machen wir gleich jetzt ein paar Mal. Ah. Ich will so, ich, 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 ah, fuck. Hier, holen wir uns den hier vorne. Ich hol mir den hier vorne. Jetzt komm mit. Ich versuch's. Ja, 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 ja. Das ist durch. Platt. Ja, ja. Oh, über mir. Äh, der ist, pass auf, der ist links über, äh, ja, ich muss hier gerade die mit dem Schild hier fertig machen, sonst. Das ist kein Ding, weil der von links um schießt auch auf dich, ja, ja. Ja, ich musste ja, ich hab... Das ist kein Ding, ist kein Ding. Das machen wir schon. Hat er links und rechts. Lange einer von uns versteckt ist, ist das okay. Ja, gut, dann mach ich. Ja, willst du dich was anmachen, Alter? Weil du hast ja, du nimmst ja auf. Ist ja blöd. Kann ich auch machen. Ja, ab und zu kannst du ja auch mal was machen, ist ja jetzt wurscht. Ja. Äh, egal wo du jetzt bist. Ach, du bist hier. Dann geh ich mal voran, diesmal. Ich versuch mal was. Au. Da bin ich gemoppelt. Ach, Schakale. Ja, ja, hier ist sie. Hier hast du alles, ey. Boah, komm jetzt. So. Oh, da kommt... Oh mein Gott. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh mein Gott, Alter. Ich wollte es die ganze Zeit nie sagen, weil ich hab gedacht, nee. Oh, ich kann hier hoch. Schön, kann ich ihn überraschen? Kann ich sicher dich von hinten überraschen. Starke Sache. Bolle? Ja, bitte. Du siehst mich? Wo ist der, wo ist der Typ? Äh, der Typ, der Typ, der Typ. Rechts, links? Ich sehe gar nicht. Der ist, äh... Der Jägermeister? Nee, nee, nee. Jetzt hier der Brut. Der sonst hier oben ist. Alter, ich sehe hier kein Brut. Ach, scheiße. Let's abgauen. Ich hab mich gesehen. Oh. 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 Ah, super. Oh, hast gut gemacht. Der kommt dann doch ein bisschen zu oben. Na, verdammt. Ich leg mal ab. Sehr schön. Ich leg dir, ich leg dir für dich ab, ne? Ja. So. Bitteschön. Und nochmal, weil es Spaß gemacht hat. Jetzt tu, mein Dicker. Alles klar. Wir wollen mal runter. Wenn ich nur hier den Rücken erwische, dann ist das super. So. Ach, das gibt's doch gar nicht. Verdammt, der eine hat noch seine Panzerung am Rücken. Der backt jetzt gerade, aber den kann ich nicht erwischen. Uh. Der Schwachmahrt sieht mich. Stirp. Kennst du eine Akt von Verzweiflung? Mein, was ist denn mit der Pistole krieg ich den einen, aber nicht runter? Hm? Und ja. Okay. Kommt mal hier rüber. Kommt mal hier rüber. Der texte, ich schläg's halt für dich ab. So verdammter Blut da oben nervt. Oh, oh. Ich schieße mal auf die. Wenn du den Blut erwischen kannst, werden wir das lieber. Ja, aber den krieg ich nicht. Schade. Da hab ich schon echt viel drauf geömmelt. Sag mal. Glaube ich dir gerne. Ja, muss das halt so gehen. Ich kann's ja mal versuchen, aber die werden mich sehen. Ja, ich weiß. Ich hab auch dafür keine Zeit und keine Lust. Die Backen. Nein, die Kiste. Du, du bist jetzt umgelegt. Wo ist das? Keine Granate. Nein, ich bin tot. Nein, ne? Doch. Oh, Bolle. Oh, Bolle, wenn ich jetzt abkacke. Du kackst nicht ab, Junge. Du kackst nicht ab. Na, warte hinter dir. Oh. Perfekt. Gut, geh in Deckung, weil ich bin gleich down. Ja, du ja. Oh, ein bisschen am Rücken erwischt, aber nicht ganz. Oh. 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 Ja, erwischt euch gegenseitig. Komm. Oh. Oh, tot. Aber jetzt hab ich wieder Granate, das ist gut. Geh mal weiter weg. Ja, ich fang jetzt hier rein am besten. Super. Super. Oh. Wolang? Orientierungslos? Nicht, dass die Schwachmarken gleich hier hochkommen. Ich hoffe mal nicht, ne? Oh. Hallo? Ja, was dann? Ah, da. Ich, du. Ich mein hier. Dein Kollege. Deppen von Dienst, genau. Dein Kollege. Oh, super. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Kommt, kommt, kommt. Na ja. Will einer schießen? Oh. Boah, die... Schon wieder eine blöde Wand. Ich hab's auch mit Wänden. Wenn ich gespawne den an blöden Ecken mit ne Band. So. Wo sind die beiden? Ach, du blöder Sack. Aufkossen? Hast du keine Stimme gemacht, was hast du? Na, na, na. Sehr schön. Ah, bin tot. Das ist bitter, das ist bitter. Ah, Gott. Moment. Ich muss eben... Jetzt wollte mein Kater mich besuchen. So. Bin wieder am Start. Mann, wir haben ja schon fast halbe Stunde drauf. Oh, ich bin ja unseren Zuschauern was. Ja. Hier ist der Pumpgun, wenn du sohst, ne? Ne, ne. Danke für die Info. So. Oh, gut. Jetzt bin ich wieder da. Das wär's jetzt gewesen, hätte ich nicht fertig gemacht. So, wo ist die Pumpgun? Äh, da. Hier, genau. So. No. Wo? Da. Ach, komm. Ja. Hört auf zu quaken. So. Angreifen. Ah, so. So, jetzt komm, nun mal. Fuzi. Aufpassen. Oh, fackelt. Tod, weil der Spakto von Brood mich da erwischt hat. Das gibt's nicht. Ja, nur wegen dem Brood. Der geht ja schon die ganze Zeit ein am Keks. Immer. So. Wo bin ich denn gestorben? Jetzt komm, bewegt dein Möchtegern-Pupöchen hierhin. Lass uns ordentlich knallen, wenn du's nicht kommst. Komm her. Oh, Digga. Komm, Digga. So, platt is' er. Damit hätten wir uns, äh, hätte ich das früher gesagt, muss jetzt ne halbe Stunde spannen. Ja, genau. Och. Was kommt der noch an? Hallo. Sehr schön. Dann gibt's nicht so überlebt sowas. Ja, und ich hab hier noch mit ins Gesicht geschossen. Voll ins Gesicht, weißt du. In your face. In your face, genau. Oh, was ist denn jetzt mit dem? Hi-O-Pai da oben. Kriegst du den? Nee, ich krieg den nicht. Boah. Ja, ich hab da schon ein halbes Mal Gazzin drauf gehörmelt. Du, da ist nichts weggegangen. Ja, jetzt hat er Energieschild down. Der ist tot. So, jetzt haben wir den. Du, meine Fresse. Mann, war das jetzt echt, äh, ne, Arbeit hier. Ganz genau. Aber, wegen Arbeit, ich würd einfach sagen, lieber Bolle, setzen wir doch einfach hier einen Cut. Ja, aber wo bist du denn? Da hinten. Hinten, hier hinten. Und ich würd's lieber sagen, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge zu Halo 3 UDST hier im Let's Play Together mit meinem Kollegen Bolle. Und ich würd dann sagen, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.